Giesinger Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen in Giesinger Bergfest der Löwe Stammtisch Läht zur Episode Nr. 125. Das ist ja quasi so ein kleines Mini-Jubiläum und pünktlich zu diesem Mini-Jubiläum sind wir endlich wieder im Trio vereint. Alex, Anja und ich. Schön, dass ihr da seid. Das ist die beste Nachricht der Woche, dass Anja zurück ist am Stammtisch. Herzlich willkommen. Ich glaube, das ist auch das einzige Schöne für mich im Löwenkosmos, dass wir wieder zu dritt sind. Du hättest recht haben. Ja, der Transparenz halber, es ist Montagabend, der 27.11.2023. Ein historisches Datum im Löwenkosmos, tatsächlich. Gell, Alex? Für dich quasi im doppelten Sinne. Das heißt, im doppelten Sinne, ja. Ich verbinde halt mit dem Tag sehr viel. Ich verbinde den Tag, an dem ich Löwenfan wurde, damit. Vielleicht ist es ja auch der Tag, an dem ich längste Zeit Löwenfan war. Die schöne Erinnerung ist mit Thomas Riedl, Fußballgott. Aber du hast nur noch zweieinhalb Stunden, dann könnte es auch erst morgen sein, dann muss es nicht mehr der gleiche Tag sein. Ich sage es ganz ehrlich, ich will jetzt hier keinem die Stimmung verderben zum Auftakt des Stammtisches, aber ich sage es ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob 60 und ich die silberne Hochzeit noch erleben werden. Das Schlimme an der Geschichte ist, Alex, und vielleicht können wir gleich mal so einsteigen, dass es wahrscheinlich nicht wenigen geht wie dir. Also dynamisch ist der Löwenkosmos in dieser Saison definitiv nicht mehr. Definitiv. Er ist abgekühlt und das Schlimme ist, es gibt nur zwei Variationen gefühlt, die es momentan gibt. Entweder ist es Gleichgültigkeit oder es ist, ich sage es mal, wirklich böse, teilweise blinder Hass. Was ist jetzt besser? Ich würde fast sagen, blinder Hass ist besser, weil du noch was fühlst. Ja, genau. Und bei mir ist es wirklich Gleichgültigkeit. Ich sage es ganz ehrlich, ich bin gerade emotional komplett weg von diesem Verein und ich finde es traurig, dass ich das sagen muss, an diesem Tag, an diesem historischen Tag. Ich fühle Gleichgültigkeit, wenn man Gleichgültigkeit fühlen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es momentan echt auf einem Nullpunkt angekommen, was 60 angeht. Ich verstehe dich total. Ja. Ich finde es auch sehr leer, wenn man an 60 denkt. Und ich finde es vor allem sehr peinlich und ich weiß, dass so mancher Mensch diesen Ausdruck Chaos-Club nicht mag, aber man sorgt dann doch immer wieder in sich selbst dafür, dass ganz Fußball-Deutschland oder vielleicht guckt auch nur noch Fußball-Bayern auf uns, das wäre wirklich schöner, weil dann wäre es nicht ganz so peinlich über die Landesgrenzen hinaus, dass der Chaos-Club zurück ist. Eine never-ending-Shit-Show. Genau. Es ist egal. Den drittsten kurz nieder, der kommt ja wieder hoch. Da sind wir wieder. Und die Shit-Show wird von Staffel zu Staffel besser oder schlechter, je nachdem, wie man es sehen mag. Also wenn es Kino wäre, wäre es vielleicht noch witzig irgendwie. Komödienstadel 1860. Ja. Flo muss uns einfangen. Komm Alex, wir gehen. Reicht schon. Drei Minuten vorbei. Alles gesagt. Diesen Stammtisch, den ziehen wir jetzt durch. Wir machen es wie Giovanni Gemma. Fokus, Fokus, Fokus. Blau bleiben. Stark sein. Alles geben. Jawohl, jawohl, jawohl. Wir machen es wie Giovanni Zarella und machen den Podcast jetzt auf Italienisch. Aber nee, ich gebe da unserem Mentaltypen wirklich, im Grunde kannst du wirklich auf den hören, weil als Spieler musst du sagen, Scheuklappen runter. Fokus, Fokus, Fokus. Stay in your positive bubble. Also, cut up the negative things. Andere Frage ist, Marc-Nikolai Pfeiffer, der Giovanni Gemma, das TSV 1860. Oh nein. Boah, also Alex, der kann es nicht so schlecht gehen. Der war aber auch wieder, irgendwie war er gut. Ja, das muss ich zugeben. Wisst ihr, was wir jetzt tun? Wir fokussieren uns jetzt erstmal ein bisschen auf Sportliche, weil das ist ja eigentlich das, worum es immer gehen sollte. Und da steht nach diesem vergangenen Wochenende eine 0 zu 1 Heimniederlage gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Es ist die erste Pflichtspiel-Niederlage seit 2007 gegen die Vorstadt. Damals ein 1 zu 5 im Sportpark. Irgendwie hatte dieses Spiel alles, was den Löwenkosmos so ein bisschen momentan charakterisiert. Am Ende soll einfach kein Punktgewinn für 60 München drinstecken. Du hast aus dem gefühlten Nichts den Rückstand. Du bekommst einen Elfer, den verballerst du. Du bekommst einen Platzverweis, wo man geteilter Meinung sein kann. Können wir vielleicht nachher noch ein, zwei Gedanken dazu verlieren. Dann geht es ins Schneegestöber. Das Drehbuch hat schon irgendwie auch gepasst. Wenn man mal ganz ehrlich ist. Und wo fangen wir denn an? Wo fangen wir denn an? Fangen wir vielleicht mit dem wohl prominentesten Thema an, auf dem Platz, was vor dem Spiel für viel Verwirrung gesorgt hat. Und das ist die Torhüterentscheidung. David Richter im Tor. Marco Hiller doch wieder auf der Bank. Und ich sage es euch ganz ehrlich. Mein erster Gedanke war, jetzt wird die Baustelle auch noch aufgerissen. Hat ihn Pippinsried den Stammplatz gekostet? Ich weiß es nicht. Der eine Stellungsfehler gegen Pippinsried war der Auslöser für das Ganze. Dass Jakobacci gesagt hat, der ist mir noch zu unsicher in solchen Situationen. Das wäre doch lächerlich. Also ich finde das auch ein bisschen inkonsequent. Also zu sagen, Marco Hiller bleibt unsere Nummer eins. Und dann doch wieder David Richter aufzustellen, obwohl Hiller fit wäre. Ich habe mir extra die Zitate rausgeschrieben von Maurizio Jakobacci. Weil wir haben natürlich dieses Torwartthema ja diskutiert gehabt. Weil David Richter sich ja überhaupt nichts hat zu Schulden kommen lassen. Im Gegenteil, er hat gut gehalten. Und als dann Marco Hiller langsam aber sicher wieder fit war, haben wir ja so ein bisschen philosophiert. Und letztendlich ging es dann vorm Saarbrückenspiel, ist die Entscheidung gefallen. Oder die hat Maurizio Jakobacci vertreten. Und ich zitiere, ihm, also Marco Hiller, jetzt das Vertrauen zu entziehen, wäre nicht förderlich für die Zukunft. Das geht über das Leistungsprinzip hinaus. Das hat mit Werteprinzipien zu tun. Sprich Vertrauen, Respekt, Anerkennung, Korrektheit. Das gilt es auch zu berücksichtigen. Und dass Richter in Saarbrücken nochmal eine Chance bekommt, das hat er sich verdient. Auch weil Hiller erst eine Woche mit der Mannschaft trainiert hat. Er hat also gesagt, ich habe mich festgelegt im Sommer auf Marco Hiller als meine Nummer 1. Und zu meinem Wort stehe ich. Das steht. So. Und jetzt vorm Spiel gegen Unterhaching, am Mikrofon von Magenta Sport, hat Maurizio Jakobacci das Ganze so begründet. Es geht nicht um einzelne Spieler, sondern es geht um das Team. Von daher wollte ich dem Team, das in Saarbrücken wirklich eine tolle Leistung gezeigt hat, das Vertrauen aussprechen. Da gehört auch der Torhüter dazu. Ich kann es irgendwie beides nachvollziehen. Ich finde es super schwierig, Aussagen zu machen wie, Marco Hiller bleibt die Nummer 1, wenn du es danach nicht tust. Solltest du vielleicht nicht am Mikro aussprechen. Allerdings, er ist auch nicht mehr Kapitän. Er ist ein Torwart. Den Kapitän abzusehen ist immer nochmal eine schwierigere Situation als quasi dein Schlussmann. Und Richter hat es wirklich, wirklich gut gemacht. Warum sollte er dann nicht das Vertrauen kriegen? Bei Hiller fehlen jetzt auch ein paar Spielminuten, also ein bisschen Spielpraxis. Was ich jetzt nicht an diesem einen Fehler da in Pipins Ried festmache, schwamm drüber. Der kann dem anderen genauso passieren. Das ist wurscht. Aber warum sehen wir es denn immer nur als Punkt gegen Marco Hiller? Es ist doch vielleicht der Punkt zu sagen, hey, der andere saß jetzt auch ewig auf der Bank und er hat sich gefügt und er hat auf seine Chance gewartet und jetzt hat er sie genutzt. Wisst ihr, was ich meine? Also es wäre ihm persönlich auch gegenüber eigentlich Unfair, er ist auch gekommen, um die Nummer eins zu werden und er nutzt seine Chance. Also finde ich es von dem Trainer groß, wenn er ihn beim nächsten Mal dann wieder aufstellt, wenn er die Chance genutzt hat. Weil bei so vielen anderen Spielern denkt man sich so, okay, jetzt kommt der Stammspieler zurück, aber wir wissen noch letzte Saison, wie gut Finn Lakenmacher es gemacht hat. Und dann saß Finn Lakenmacher auch wieder auf der Bank. Man hätte ihm schon noch die Chance geben können, ja. Das ist immer so ein Hin und Her. Also ich kann beide Seiten verstehen, aber ich sehe es jetzt eher weniger als Angriff auf Marco Hiller, sondern ich würde es eher sehen als Rückenwind für Richter. Ja. Sehe ich grundsätzlich jetzt ähnlich wie du, Anja. Aber wenn du halt so eine Aussage getätigt hast. Ja, die Aussage ist schwierig. Das Problem ist die Kommunikation, ja. Die externe Kommunikation. Marco Hiller ist Vizekapitän, er ist aber auch eine wahnsinnige Identifikationsfigur, das muss auch klar sein. Ich bleibe aber auch dabei, David Richter hat es sich verdient, das ist schon klar. Aber jetzt wirkt es halt so, dass Marco Hiller, dass dieser Aussetzer in Pippinsried ihm den Platz jetzt schon wieder kostet. Das ist schmarr. An Marco Hiller hat es nicht gelegen. An Marco Hiller hat es in Pippinsried jetzt nicht gelegen. Nein, er gibt ihm die Spielpraxis in Pippinsried, um wieder reinzukommen. Um das geht es. Du tust dich halt jetzt auch schwer, Hiller wieder zu bringen. Also nach dem Unterhaching-Spiel plötzlich dann wieder Hiller reinzustellen, nachdem es Richter ja wieder jetzt nicht allzu schlecht gemacht hat. Er muss dich auch wieder erklären als Trainer. Also du bringst dich durch dieses öffentliche Bekenntnis zu Hiller, das er ja getätigt hat, Jakob Atschi, bringt er sich eigentlich selbst in Erklärungsnot zum wiederholten Male. Allgemein würde ich jedem raten, einfach nicht öffentlich zu seiner Taktik und Co. und Aufstellung großartig irgendwie zu fachsimpeln. Ich kann meinen Spieler sagen, die vor der PK, bei der PK vor dem Spieltag, da kann ich anreißen, wer spielt. Aber am Ende des Tages geht es immer noch nicht jedem was an. Ich meine, die Aussage zu sagen, David Richter spielt in Saarbrücken, obwohl Marco Hiller wieder spielfähig ist, das hat er sich verdient. Alles gut. Alles gut. Dann aber dieses Festling auf Marco Hiller, dann glaube ich, ist der gesamte Löwenkosmos jetzt davon ausgegangen, ja okay. Dann ist das jetzt so und David Richter wird das genauso vernommen haben. Auch ein Marco Hiller wird das positiv vernommen haben. Jetzt hast du dir aber ja eine Art Vertrauensproblem geschaffen, weil du brichst quasi dein Wort, was du vorher gegeben hast. Und wir reden so oft auch über das Mentale. Ich halte das menschlich jetzt wirklich für schwierig, das auch zu moderieren. Und die doofste Situation ist es eigentlich für meinen Geschmack für David Richter. Weil der hat sich absolut nichts zur Schulden kommen lassen. Der hat seinen Job gemacht und muss ihn jetzt auch weitermachen. Und bei der Thematik, wir können über ganz viele andere Thematiken irgendwie schon grundsätzlich auch diskutieren und uns streiten und alles, das gehört dazu, wenn es konstruktiv bleibt. Aber Richter hat ihn nicht enttäuscht. Er hat ihn aufgestellt und ich finde es auch nicht schwierig zu kommunizieren mit den Spielern selbst. Er sollte nicht den Fehler machen und nochmal nach außen kommunizieren. Das Thema muss jetzt einfach stillgeschwiegen werden in meinen Augen. Im Fernsehen sagt man, das versendet sich. Weil die einzigen, mit denen er kommunizieren muss, sind Hiller und Richter. Warum macht er was jetzt so und warum macht er das so? Und wann kriegt der andere wieder seine Chance, wenn was passiert? Und es geht weder uns drei was an, noch alle anderen. Das ist nur deren Kommunikation und das kann jeder Trainer leisten. Das ist eine offene Aussprache einfach. Der kann doch auch sagen zum Hiller, du Scheiße, ich habe das jetzt so gesagt und das war nicht fein und ich weiß, das wirkt wie ein Vertrauensbruch. Aber ich hatte die und die Gründe, mich für Richter zu entscheiden in der Situation. Und deswegen habe ich das so gemacht. Dann habe ich das hinzunehmen als Spieler. Das ist so. Das ist nie für einen schön auf der Bank zu setzen. Nie. Das ist unbeschritten und ich gehe auch fest davon aus, dass Maurizio Jakobacci das auch tut und tun muss. Überhaupt keine Frage. Aber du hast ja in diesem eh schon, in dieser schwierigen Gemengenlage, die du jetzt auch durch das Pipin-Ziel-Spiel schon wieder hattest, gefühlt noch einen zusätzlichen Brand hätte nochmal geschaffen. Und nochmal, 60 München hat kein Torhüter-Problem. Auf sportlicher Seite hat 60 München kein Torhüter-Problem. Du hast es aber jetzt im Kollektiv, kannst du dir da ein Problem draus basteln. Und das kann ich halt nicht nachvollziehen. Das Problem ist ein Luxusproblem in dem Fall. Das ist vielleicht das einzige Luxusproblem, das 60 momentan hat. Unter all den anderen Problemen. Ja. Vielleicht können wir ja mit zwei Keepern spielen. Gab es ja nicht mal einen Spieler auf dem linken Flügel. Wir merken das auch öfter so in Testspielen, wenn so Gegner sagen, hey, wir haben nur sechs Spieler. Dann sagen wir so, ah, wir haben zwei Liberos. Kann unserer bei euch mitspielen? Dann kriegt er auch Spielpraxis. Um es mal wieder ein bisschen lustiger zu gestalten. Ich weiß da nicht vor vielen, vielen Jahren zu Arena-Zeiten noch irgendwie die Tränkwalder-Werbung von wegen, wir haben für jeden einen Job, wo es dann heißt, du spielst Torhüter rechter Pfosten oder so ähnlich und du bist Torhüter linker Pfosten und du bist irgendwie halb links, außen, rechts oder so ähnlich mit Schoko Schachner. Du warst der mit dem Arena-Abo, der eine. Jetzt haben wir den auch gefunden. Das lief dann auf einer Stadion-Leinwand. Ich dachte, als die Spiele bei Arena liefen, bei dem legendären übertragenen Sender Arena. Ja, Legende. Ich glaube, ein Jahr haben die durchgehalten. Flügel ist völlig fertig. Alex sagt nur das Nötigste, ist total emotional am Boden und Anja redet nur anderen Stoß. Das ist der Löwenkosmos momentan. Das ist der Löwenkosmos momentan. Nein, 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 aber unterm Strich eine einmal mehr nicht unverdiente Niederlage. Und weil du es selber nicht geschafft hast, deine Chancen, die ja da waren, einmal mehr auf dem Elfmeterpunkt nicht zu nutzen. Der Elfmeter, ich glaube, keiner weiß so richtig, warum der gepfiffen wurde. Aber auch so ein Geschenk musst du halt dann mal annehmen. Über den Platzverweis für Michael Glück, da glaube ich, kann man vielschichtig diskutieren. Wenn du schon gelb hast, darfst du halt da nicht so reagieren. Ein Problem ist eher, dass die gelbe Karte davor eigentlich ein Witz war. Eigentlich hätte er noch gar nicht gelb haben dürfen. Sei es wie es sei, es war so. Aber es hat in dieses Gesamtbild von 60 München auch wieder an diesem Samstag auf Giesings Höhen gepasst. Man muss ganz klar sagen, es ist Unvermögen. Das hat mit Pech nichts mehr zu tun. Also in der Häufung, da wäre jetzt irgendwie von Pech zu reden, eine Verharmlosung der Situation. Es ist einfach Unvermögen. Du machst vorne deine Tore nicht, du nutzt die Chancen nicht, du schaffst auch nicht, man sagt immer, während einer Saison gleicht sich alles aus, außerdem im Laufe einer Saison gleicht sich alles aus. Dann bekommst du einen geschenkten Elfmeter, gleicht vielleicht Dinge aus, die in den Wochen davor passiert sind auf dem Feld durch diskutable Schiedsrichterleistungen und dann nutzt du dieses Geschenk nicht. Und das sind alles Dinge, da ich kann nicht genau benennen, woran es liegt, aber es ist einfach in der Summe einfach zu wenig, um Spiele zu gewinnen und darum dauerhaft auch erfolgreich zu sein. Genauso ist es. Also beenden wir die Saison. Und Haching hat es halt vorgemacht. Haching ist eine Spitzenmannschaft. Die sind eiskalt, die haben einen festen Kern in der Mannschaft. Die haben Markus Schwabel, die haben Patrick Hopsch, die haben Simon Skalatidis, die haben Welsmüller. Das sind alles gestandene Drittligaspieler. Und drumherum hat der Trainer einfach ein Gerüst aus jungen Leuten gestrickt, die daran wachsen können an diesem Gerüst. Das mit Vollart im Tor ist natürlich auch noch so ein Faktor. Das ist eine harmonische Drittligamannschaft, die auch das mitbringt, was eine Drittligamannschaft braucht. Und 60 bringt das momentan nicht mit. Oder schauen auch Regensburg. Das ist keine individuell überragend besetzte Mannschaft, aber die gewinnen ihre Spiele. Egal wie sie sie gewinnen, aber sie gewinnen sie. Das ist auch eine Qualität. Du hast den direkten Vergleich, wenn wir auf die letzten Duelle mit Haching schauen, die hast du ja teilweise emotionalst gewonnen. Also das war ja wirklich dieses Last-Minute-Tor von Sascha Möllers. Da bin ich wieder Fan geworden. Genau, im Sportwerk. Das sind genau diese Spiele, wo du sagst, ja genau. Also wenn du eine Mannschaft hast, die funktioniert, dann gewinnst du diese Spiele. Genau diese. Und wenn du das Gerüst hast. Und du gewinnst die Spiele halt momentan nicht, sondern du verlierst sie. Auf die Art und Weise, wie du sie vor zwei, drei Jahren noch gewonnen hast. Und das ist der große Unterschied. Und das mag fußballerisch gar nicht so unterschiedlich ausschauen, aber am Ende macht es einen Riesenunterschied. Nämlich, dass du jetzt im Abstiegskampf steckst, anstatt um den Aufstieg mitzuspielen. Nur so weit ist es jetzt noch nicht. Du hast sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz und sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz nach oben. Aber du bist halt wieder im grauen Mittelfeld und musst aufpassen, dass es nicht noch weiter nach unten geht. Kleiner Fun-Fact. Das Trikot, das Sascha Möllers damals bei diesem Sportpark zum explodieren bringenden Tor getragen hat, das hängt gerahmt, ungewaschen im Büro von Manni Schwabel. Das hat er selbst ersteigert. Weil sie haben es zuerst zur Versteigerung gegeben, dann hat Manni Schwabel gesagt, eigentlich will ich es selber haben, hat es dann quasi zum erhöhten Preis selbst ersteigert. Und das ist jetzt so das mahnende Symbol in seinem Büro. Das heißt, wenn es irgendeinem Spieler zu gut bei Haching geht, dann zeigt er ihn das und sagt, das will ich nicht nochmal erleben. Das hat er zuletzt im MAZ-Interview verraten. So geht es auch. Kleiner Fun-Fact in dieser Geschichte. Ich glaube, wir müssen nicht mehr so viele Worte verlieren über das, was auf dem Platz stattgefunden hat. Wir müssen ein bisschen vom Platz weggehen. Lass erst mal einen Blick auf die Ränge werfen. Denn nach dem, was in den letzten sieben Tagen spätestens passiert, es war klar, dass es eine gewisse Reaktion geben wird. Und so war es auch. Es gab zwei Spruchbänder. Das eine lautete, kein Manager, kein Trainer, kein Kreditgeber, keine Sponsoren sind größer als der Verein. Und das zweite war, Hassan Ismaik, du Schwein, eure Erpressungen und Klagen kriegen uns nicht klein, denn wir Fans sind der Verein. Müssen wir, glaube ich, mal etwas ausklamüsern. Ich schiebe aber noch eine Sache hinterher. Der TSV 1860 e.V., also das Präsidium um Robert Reisinger, Heinz Schmidt und Hans Sitzberger, hat darauf reagiert und hat, wie ich finde, korrekterweise ganz implizit darauf hingewiesen, es geht hier nicht um freie Meinungsäußerung mehr. Jetzt sind wir im Bereich der Beleidigung. Weil das ist ja ein Thema schon mal gewesen, was über die letzten Jahre schon ein Thema war, was ist freie Meinungsäußerung und was ist Beleidigung und so weiter. In dem Fall, wenn man jemanden als Schwein bezeichnet, dann ist das eine Beleidigung und das geht so nicht. Das war halt der einfachste Weg zum Reim, würde ich sagen. Ja. Was reimen Sie auf klein? Ah, ich habe es, Schwein. Und dann sofort aufgeschrieben, dann wahrscheinlich auch keinen Tintenkiller dabei gehabt. So ein Tannekstift. Ja, genau. Vielleicht wäre einem noch Sonnenschein eingefallen. Boah, Sonnenschein, das wäre richtig gut gekommen da, glaube ich. Ja. Man kann es ja auch subtil machen. Ich muss die Leute, ich war auch jetzt nicht im Deutsch der beste Reimer. Das muss ich schon auch sagen. Also wenn es schnell gehen muss, ist bei mir auch jeglicher Schmarrn rausgekommen. Mir fällt gerade auf, Sonnenschein wäre reimschematisch immer ganz, das ist eine, mindestens zwei Silben zu viel. Wenn ihr jetzt noch anfragt mit Dactylus und Trocheus und den ganzen Käse, den wir damals lernen mussten. Hexameter und Pentameter. Wir können ja bis nächste Woche können wir ein Giesinger Bergfest-Reim-Schema festsetzen, wie wir reden müssen. Dann enden wir in einem Gestanzel oder was wird das? Das macht wenigstens Spaß, ja. Also okay, zugegebenermaßen Gestanzel macht Spaß, aber ich weiß nicht, ob ihr das hören wollt. Also ich bin mir da sehr, sehr unsicher. Nein, also richtigerweise ist das zurückgewiesen und das musste auch so sein, weil hier gibt es einfach Grenzen. Es hat wohl auch Zoff unter den Fans gegeben, weil bei weitem nicht alle mit den Spruchbänden einverstanden waren. Das war in der Vergangenheit auch mal anders. Also die Gemengenlage hat sich gefühlt schon so ein bisschen verändert. Beziehungsweise, ich würde sogar so weit gehen, dass vielleicht der eine oder andere, der vor einem Jahr noch Meinung A hatte, jetzt Meinung B hat. In welche Richtung auch immer, aber da gab es, glaube ich, Verschiebungen und die Gräben sind nochmal tiefer geworden. Ich glaube, das kann man festhalten und ich muss auch zugeben, dass ich bei mir so die ein oder andere denke, vielleicht auch so ein bisschen über das letzte Kalenderjahr vielleicht auch so ein bisschen, oder ja, die Färbung sich verändert hat so ein bisschen. Also, dass man jetzt gewisse Dinge vielleicht anders sieht. Muss ja auch keine Färbung sein. Es muss ja auch nicht nur Meinung A und Meinung B geben. Ich glaube, dass sehr viele Löwen-Fans Meinung C haben. Und D und E und F. Ja, dass einfach nicht alle schwarz und weiß sind, dass es nicht den einen Schuldigen, den einen Unschuldigen gibt, sondern dass diese Gemengelage einfach hausgemacht ist. Und wie war das erste Spruchband? Kein Manager, kein Trainer, kein Kreditgeber, keine Sponsoren sind größer als der Verein. Kein Manager, kein Trainer, kein Kreditgeber. Ja. Das heißt, die Leute, die beim Verein vorne dran stehen, sind größer als der Verein, weil sie zum Verein gehören. Also innerhalb des Vereins. Egal. Ist egal, aber was spielen wir denn dann mit dem Landesliga? C-Klasse? Können wir gleich abmelden. Also wir müssen mal festhalten. Wobei, das ist ja vielleicht auch genau das, was die viele Menschen vielleicht sogar wollen. Was wir jetzt mal festhalten können, es gibt eine Profifußballfirma. Und die hat zwei Gesellschafter. Diese Firma muss professionell geführt werden. Die muss ehrlicherweise auch profitorientiert arbeiten. Und das geht halt nur über beide Gesellschafter. Ich glaube, das ist erstmal die Grundstruktur, die wir festhalten müssen. Und das muss über allem stehen. Der Mehrheitsgesellschafter ist nicht der TSV München von 1860 e.V. Das ist Hamm. Und nur der 50 plus 1 hat der Gesellschafter e.V. die Oberhand. Das ist die Wurzel allen Übels in dem Fall seit 2011. Der eine hält mehrheitlich die Anteile, hat aber minderheitlich ein Mitbestimmungsrecht. Und ich glaube, das ist relativ gut. Der eine sagt, ich habe die Mehrheit der Stimmanteile, deswegen bestimme ich, was Sache ist. Und der andere sagt, ich bin aber mit mehr Geld an dieser KGA beteiligt, deswegen will ich mehr bestimmen. Ja, da sperrt sich halt jeder gegenseitig. Also ich glaube, das beschreibt eigentlich das Problem in aller Kürze. Und die ganzen Auswüchse, die das treibt seit Jahren, die werden immer wilder. Aber der Kern des Problems liegt einfach da. Ich finde aber auch die Spruchbank grundsätzlich auch nicht gut. Keine Sponsoren, also wir reden von einem Unternehmen. Und ich glaube schon, dass genug, die in der Kurve irgendwie stehen, selber irgendwie kicken. Man sollte irgendwie glücklich drüber sein, treue Sponsoren auch zu haben, die jahrelang irgendwie an deiner Seite stehen. Weil das ist nicht immer selbstverständlich. Ich glaube ja auch, dass kein Manager, kein Trainer, kein Kritikgeber und kein Sponsor sich anmaßen würde, zu sagen, ich bin größer als der Verein, weil er ja gar nicht Teil des Vereins ist. Das ist ja Teil der KGA. Sie sind ja alle bei der KGA angestellt oder investieren in die KGA. Klar, das ist jetzt Wortglauberei. Aber der Verein und die KGA sind immer zwei. Ja, aber manchmal macht Wortglauberei aber durchaus auch Sinn. Also so ehrlich muss man ja auch sein. Und vielleicht lassen wir das einmal hier runterbrechen. Die Situation jetzt, wie sie ist, da gibt es keinen Unschuldigen. Weil beide Seiten einfach so dermaßen auf Konfrontation aus sind, dass da nichts Konstruktives entstehen kann. Also da hat jeder seine Aktien dran. Das ist vielleicht auch mal wichtig festzuhalten. Das ist nicht immer nur die eine Seite. Bei 60, das hat so ein bisschen was für ein Schneeballprinzip. Wenn der eine wirft, dann wirft man es zurück, weil der auch geworfen hat. Und dann kommt der nächste Größere und dann kommt der nächste Größere und jetzt werden gerade ganze Schneemänner hin und her geschmissen. Ja. In der einen oder anderen Schneebahn ist vielleicht mittlerweile sogar ein Stein drin. Wenn es nur ein Stein ist. Und das ist einfach keine schöne Sache, um es mal richtig blöd auszudrücken. Aber wir kommen ja jedes Jahr wieder auf den Punkt, dass es an der Kommunikation hapert. Also wir können ja jedes Jahr wieder eine gleiche Folge rausziehen, wo die Thematik die gleiche ist. Und ich glaube inzwischen, dass dieses Tischtuch einfach so zerrissen ist. Uli Kellner, glaube ich, hat das gut kommentiert in der TZ, der einfach geschrieben hat, 60 ist an einem Punkt angelangt, wo man sich eingestehen muss, dass es so nicht funktioniert. Und dass diese Gesellschafterstruktur so nicht zielführend ist. Und dass es die einzige Lösung ist, diese Gesellschafterstruktur aufzulösen. Aber auch das setzt natürlich den Willen der Beteiligten voraus. Ich glaube, auf der einen Seite gibt es den Willen durchaus, auf der anderen Seite halt überhaupt nicht. Da sind wir wieder vor einem Dilemma. Es dreht sich im Kreis. Ja. Alex, letzte Woche, als wir zusammengesessen sind, ist frisch der Weltartikel rausgekommen, der ja so vieles auch ins Rollen nochmal gebracht hat. Wir sind nicht im Detail darauf eingegangen, weil wir den da erst zwei Stunden in den Händen gehalten haben. Wir haben das zitiert. Wir haben unsere ersten Gedanken ausgetauscht. Und uns war ja klar, da wird noch was folgen. Es ist einiges gefolgt. Es ist klar, dass Geschäftsführer Marc Nikolai Pfeiffer am Saisonende sein Büro räumen wird an der Grünwalder Straße. Der Vertrag mit ihm wird nicht verlängert. Das ist so entschieden worden. Also die Geschäftsführungs-GmbH von 60 München, der KGAA, hat das beschlossen. Der Verwaltungsrat trägt diesen Beschluss, also der EV-Verwaltungsrat, trägt diesen Beschluss einstimmig. Wichtig zu wissen ist, dass die Geschäftsführungs-GmbH zu 100% dem EV gehört. Damit wird ja 50 plus 1 letztlich abgesichert. Und diese Geschäftsführungs-GmbH, die bestellt eben den Geschäftsführer. den Geschäftsführer. Deswegen ist dort die Hoheit. Deswegen dieses Thema, wenn es ein zweiter Geschäftsführer hätte wieder geben sollen, wie Günter Gorenzel, wäre das auch über das Gremium gegangen. Ansonsten beim Sportdirektor über Marc Nikolai Pfeiffer. Das vielleicht nochmal zur Erklärung. Und das kam heraus, das wurde Marc Nikolai Pfeiffer dann am Freitag auch mitgeteilt, persönlich in einem Gespräch. Marc Nikolai Pfeiffer war dann am Samstag auch am Mikrofon des Bayerischen Rundfunks. Er hat dazu nur gesagt, ich habe das Gespräch sehr professionell entgegengenommen und gleichzeitig auch mit einem gewissen Stolz. Ich habe es relativ lang und intensiv, auch in der Zusammenarbeit, positiv ausgehalten. Das Wörtchen ausgehalten sagt auch schon relativ viel aus. Vielleicht mal eine Sache vorneweg. Kein Mensch ist frei von Fehlern und jeder Mensch macht auch Fehler. Auch Marc Nikolai Pfeiffer hat den einen oder anderen Fehler begangen. Einige, von denen man weiß, einige von denen nur Insider wissen oder andere haben was als Fehler empfunden, was Marc Nikolai Pfeiffer nicht als Fehler empfunden hat oder andersrum. Das steht über allem. Es geht hier nicht darum, dass wir jetzt ein Loblied auf Marc Nikolai Pfeiffer singen. Das steht uns auch nicht zu. Fakt ist, die Sponsorenakquise auch zusammen mit dem von Marc der Infront hat funktioniert. Es ist vollkommen klar, dass das nicht Marc Nikolai Pfeiffer alleine ist. Die Sponsoreinnahmen sind in seiner Amtszeit haben sich verdoppelt. Das ist, er hat davon gesprochen, das ist knüppelharte Arbeit. Das hat Robert Reisinger gegenüber der SZ anders gesehen. Er hat zugegeben, es sind erkennbare Fortschritte erzielt worden, aber das ist das Ergebnis einer guten Teamleistung. Und 60 verkauft sich von selber. Darauf komme ich jetzt noch. Also das Ergebnis einer guten Teamleistung, zu der auch der Sport, die Sport-Marketing-Agentur Infront wesentlich beigetragen hat. Bis dahin alles korrekt. Aber dann die Sache, 60 München zu verkaufen, ist nicht so schwer. Doch. Also da muss ich ganz klar widersprechen. Weil mit der Außendarstellung zuletzt, da ist es nicht so einfach, Sponsoren zu gewinnen, die sagen, hey, auf da möchte ich mit denen in Verbindung gebracht werden. Und da möchte ich gerne noch eine Sache mit dazunehmen. Das nicht zu, also in der SZ hat es auch geheißen, wo sich mal Robert Reisinger geäußert hat, nicht zuletzt stieß den EV-Vertretern die Außendarstellung auf, Zitat, das ist eine Managementaufgabe, der hohe Bedeutung für die Wahrnehmung des Klubs zukommt. Also das lag, also ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber Marc-Nikola Pfeiffer alleine hat jetzt nicht die Außendarstellung des Klubs negativ beeinflusst. Der wäre mir jetzt fast am wenigsten aufgefallen in dieser Linie. Mir auch. Der hätte ich nicht mal am Schirm gehabt. Ich würde Robert Reisinger vehement widersprechen, wie ich gerade schon angedeutet habe, in Sachen, 60 verkauft sich von selber, jetzt grob umschrieben oder nicht wörtlich zitiert. Ich würde sogar sagen, jedes Unternehmen, das sich mit 60 umgeben will, muss völlig wahnsinnig sein in der aktuellen Situation. Es war natürlich, zu Corona-Zeiten war das anders, da war es alles ein bisschen ruhiger, es lief sportlich. Na klar, in der Situation war es vielleicht einfacher, 60 zu verkaufen, aber im Großen und Ganzen ist 60 wie ein, keine Ahnung, ein Dreier Golf mit einem Platten in einem Porsche-Autohaus. Vor allem, du musst dir auch erst mal über die Zeit jetzt bei der Stange halten, wo es dann immer Mies wird und alles. Und ja, Sponsoring-Akquise, ja, ist eine Teamarbeit, aber einzelne Personen müssen da gescheit hofieren, dass da was bei um die, also in den Geldbeutel kommt. Und man kann ja von diesem Sponsoren-Statement, diese 18 Sponsoren, ja halten, was man will. zwar in gewissen Teilen nicht so ganz glücklich, finde ich, aber in der Sache sagt es natürlich aus, diese Personalisierung, mag Nikolai Pfeiffer, wenn der geht, dann müssen wir überlegen, wie wir weitermachen. Das zeigt natürlich auch, welche Rolle Pfeiffer gespielt hat in der Sponsoren-Akquise und dass er der zentrale Mann war in dieser Sache. Das beweist es ja. Und dass sie Vertrauen in ihn haben. Ja. Enorm, weil sonst, also klar mag das nicht gut formuliert gewesen sein zum Teil, aber das SOS, mit dem sie rausgehen, also es ist ja quasi Notruf, den sie rausschicken. Ja. Wir können jetzt ja nur spekulieren, morgen, also am Dienstag, gestern, wenn ihr die Folge hört, am Mittwoch, hat das Bündnis 18, wie heißt das Bündnis 1860? Bündnis, wie? Bündnis Zukunft. Bündnis Zukunft 1860 haben sich zum ersten Mal geäußert, öffentlich. Ihr wisst, was sie gesagt haben und werdet euch jetzt euer eigenes Bild draus machen. Wir sind noch zu früh dran, um das einzubauen. Aber auch da wird es bestimmte Aussagen in diese Richtung geben oder in dieser Thematik Pfeiffer. Bin mir sicher. Mit Sicherheit. Was Marc-Nückeler Pfeiffer zum Thema Sponsorenakt, wie es noch gesagt hat, Zitat, wenn man mit Sponsoren spricht, das Bild von 60 wirkt nicht immer geschlossen. Von da ist es ein riesiger Teamerfolg, was wir hier aufgestellt haben. Die Zahlen sprechen Bände. Also er hat, glaube ich, auch nie gesagt, dass er die Sponsorenakquise gemacht hat. Natürlich ist es ein Teamerfolg, aber es ist auch klar, dass der Geschäftsführer sich hinstellt und neuen Sponsor begrüßt. Ich glaube, das muss ganz klar sein. Und deswegen was man vielleicht in der Hinsicht noch auch sagen muss, der Geschäftsführer haftet ja auch für das, was er tut. Also der muss, dessen Aufgabe ist es, ein Unternehmen profitabel zu gestalten. Wir wissen alle, dass die KGAA höchst defizitär ist, verschuldet ist und da ist es seine Aufgabe, so viel Geld zu generieren wie möglich. Ja. Durch externe Geldgeber, durch Sponsoring, durch Gönner, durch Einsparungen, durch Optimieren. Erhöhung der Eintrittsgelder, was ihm ja auch um die Ohren gehauen wurde. Ja, mag auch vielen nicht gefallen. Ich bin jetzt auch kein Freund davon. In Zeiten einer Inflation und Kostet auch alles Geld. Natürlich ist es aus Fansicht bedauerlich, wenn die Karten teurer werden und vielleicht Nervt. Vielleicht war auch die Steigerung etwas zu hoch in manchen Bereichen des Stadions. Das kann man ihm natürlich vorwerfen. Aber die Ticketpreise zu erhöhen, würde ich fast sagen, ist alternativlos. Klar, natürlich haben sie sich das Geld gespart für das MVV-Ticket und so. Aber die Frage musst du dir doch stellen. In zwei, drei Jahren hätte er dann wieder erhöhen müssen wahrscheinlich. Macht das jetzt einmal richtig und es tut echt weh, aber das Geld fließt in 60. Es ist ja von jedem aus gesehen, auch wenn es weh tut, positiv angelegt. und wenn er jetzt um drei Euro erhöht und in zwei Jahren wieder um vier Euro, dann fliegt es ihm genauso um die Ohren. Also dann lasse ich es mir auch nur einmal um die Ohren juckzen und habe noch mehr Geld. Also das ist doch aus unternehmerischer Sicht eigentlich in meinen Augen völlig logisch. Vielleicht denke ich falsch, aber okay. Ja. Und rein marktwirtschaftlich ist es ja auch logisch, weil es Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis und das Grundwahl der Stadion ist immer ausverkauft. Natürlich kann ich da sagen, da habe ich jetzt noch zwei Euro mehr drauf, weil die zahlen sie sowieso. Das mag natürlich aus vereinspolitischer Sicht bedauerlich sein und das kann man auch kritisieren. Nicht jeder kann sich das leisten, aber aus wirtschaftlicher Sicht, ja, es ist so. Also das würde, glaube ich, jede Firma genauso machen. Es ist, es tut weh, aber es ist so. In der SZ hat Robert Reisinger dann natürlich auch so ein bisschen erklärt, wie es denn zu dieser Entscheidung kommt, wo die Gründe dafür liegen. Er sehe, Zitat, die Aufgabe einer Geschäftsführung komplexer als jetzt Geldakquise, Sponsorenakquise und dann werden in diesem Text genannt Stadionfrage, Budgetplanung, Fortführungsprognose, Nachwuchsleistungszentrum, Außendarstellung, Servicevertrag, e.V., KGAA. Da kann man über jeden einzelnen Punkt mit Sicherheit diskutieren und man kann bei jedem einzelnen Punkt sagen, dass es bestimmt Versäumnisse gegeben hat. Gar kein Thema. Weil wir wissen alle, dass da gewisse, also Budgetplanung, wissen wir alle, dass das in den letzten Jahren nicht immer super schön war, diese Thematik. Fortführungsprognose ist ja quasi gekoppelt daran, dass du zeigst, ey, wir machen nicht noch mehr Schulden und so weiter, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dass das Nachwuchsleistungszentrum die Basis von 60 München ist, wo du auch, so doof es jetzt klingt, Gelder generieren kannst durch Talenteverkauf. Auch kein Thema, siehe Leo Morgalla. Da muss aber auch dieser, das muss funktionieren, das muss immer wieder austariert werden. Außendarstellung, das ist, das Thema haben wir schon abgehakt. Stadionfrage, gar kein Thema. Und das Servicevertrag, e.V., KGAA, auch, braucht man auch nicht, es sind lauter wichtige Themen und laut Robert Reisinger seien das alles Bereiche, in denen die KGAA in den vergangenen Jahren nicht zu den Ergebnissen gekommen ist, die wir uns im Verein wünschen. Und nach meinem Empfinden sind etliche offene Sachverhalte vor allem deshalb nicht gelöst, weil alle unangenehmen Fragen, als angebliche Gesellschaft der Themen deklariert, in die Aufsichtsgremien verlagert werden. Das geht aber nicht. Für mich sind das originäre Managementaufgaben, das wollen wir als Vereine für die Zukunft verändert wissen. Das ist die Meinung von Robert Reisinger. Das heißt, du willst einen noch stärkeren Geschäftsführer, in Anführungszeichen. Du willst eine Allzweckwaffe. Die Frage ist, ist der wirklich gewollt? Ist ein starker Geschäftsführer gewollt in dieser Konstellation? Oder kann ein Geschäftsführer in dieser Konstellation überhaupt stark sein? Das ist ja die Frage. Ich würde es mal so titulieren, man möchte einen sehr, sehr starken Geschäftsführer Finanzen haben, der aber zu 100% die EV-Interessen vertritt, in einer Firma, an der aber der EV eigentlich nur 40% Anteile hat. Also könnte man jetzt so interpretieren. Genauso muss es sein, was sonst. Man kann eigentlich zu keinem anderen Schluss kommen, wenn man die Aussagen interpretiert, aus meiner Sicht. und nochmal, es ist eine Firma, wo du zwei Gesellschafter hast und du musst sowohl in der Firma handeln. Das ist die Aufgabe des Geschäftsführers der KGAA. Und da musst du mit beiden Gesellschaftern arbeiten. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, war der Titel des SZ-Textes zu nah am Investor. Und ich glaube, darauf lässt sich es tatsächlich runterbrechen. Marc-Nikolai Pfeiffer war jetzt drei Jahre, im Sommer 2020 ist er, glaube ich, Und er war ein EV-Kandidat. Das sollte man vielleicht gleich mal dazu sagen. und er ist für meinen Geschmack ja eigentlich so erst seit einem Jahr maximal eineinhalb gab es Kritikpunkte das erste Mal. Ansonsten lief das eigentlich, also zumindest wie ich das jetzt so im Gefühl habe, vergleichsweise smooth. Er hat ja auch in der Zeit dann öffentlich an Profil gewonnen. Also am Anfang war, er war halt da, also findet sich, er war halt nicht sichtbar. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt ist er aus dem Schatten getreten und hat eben die Sponsoren akquiriert und dann entsprechend betreut, hat Veranstaltungen organisiert und so weiter und war halt einfach öffentlich als der Geschäftsführer präsent. Und ich weiß nicht, ob das einen Zusammenhang hat mit dem, was jetzt so passiert ist, dass er einfach irgendwann zu präsent wurde als Person, als Einzelperson und das würde aber dem wieder widersprechen, was wir gerade gesagt haben, dass sich der EV einen starken Geschäftsführer wünscht. Wenn du einen starken Geschäftsführer willst, dann musst du auch damit leben, dass er öffentlich auftritt und sich positioniert, weil auch das gehört dazu, zu einer solchen Aufgabe, zu einer Manager-Aufgabe. eine gewisse Parallele zu Daniel Birovka und Michael Kölner lässt sich nicht von der Hand weisen. Das muss man jetzt auch mal deutlich sagen. Sobald da die Tendenz da war, die können sehr gut mit der Investorenseite, wurde es ein bisschen schwierig. Bei Michael Kölner kam noch mehr dazu, haben wir lange breit diskutiert, das Fass müssen wir nicht nochmal aufmachen, aber es ist ein gewisses Muster schon auch zu erkennen. Vielleicht nochmal ganz wichtig, die Pfeile, die von der Hamm-Seite gekommen sind und regelmäßig immer mal wieder kommen, auch in Interviews und so weiter oder Statements, das ist um keinen Deut besser. Also um das mal ganz, ganz deutlich zu sagen, das sind zwei Gesellschafter an dieser Profifirma, die in einem extremst toxischen Verhältnis stehen. Auf ihre Art und Weise. Und die natürlich auch nur politisch motiviert kommunizieren. Ich meine, dieser Weltartikel, der mag journalistisch einfach frei gewesen sein, aber natürlich muss man sich fragen, wo kam die Intensivung dieses Artikels her. Die Welt ist nicht dafür bekannt, sich intensiv mit 60 zu beschäftigen, das heißt, sie ist darauf angewiesen, dass jemand nach außen plappert und einfach im Sinne seiner Interessen Dinge liegt. Und nachdem da auch Hassan Ismaik sehr ausführlich zitiert ist, ein Hassan Ismaik, der bekanntlich nicht unbedingt gerne Interviews gibt oder sich gerne öffentlich äußert, muss man natürlich davon ausgehen, dass von der Hamseite diese Informationen bewusst an die Welt gestreut worden sind, an diesen speziellen Reporter, der ja auch immer sich ein bisschen beschäftigt, damit auch gewisse Themen behandelt hat, die glaube ich Hassan Ismaik ganz gut in den Kram passen, Stichwort 50 plus 1 und so weiter. Also politisch motivierte Kommunikation, aber auch eben von beiden Seiten. Da beißt die Maus keinen Faden ab, wie man so schön sagt. Also es gibt hier keinen Heiligenschein und es gibt keine Hölle. Das Gefühl ist hier alles Hölle. Ja. Giesinger Schneehölle, könnte man sagen, seit dem Wochenende. Nee, das geht so nicht. Ein weiterer Aspekt, der hier noch genannt wurde, also die Außendarstellung haben wir schon angesprochen, ging dann im Speziellen auch mal Zitat um den wertschätzenden Umgang mit unserem Publikum, den Robert Reisinger hier anprangert oder also den fehlenden wertschätzenden Umgang. Da fällt eine angekündigte Klage gegen ein Fanmagazin, das die Transferpolitik des Sommers im Sinne Reisingers kritisiert hatte und das Verbot von investorenkritischen Utensilien bei einem Heimspiel im August 2022. Da haben wir ja drüber gesprochen, dass diese Aktion nicht ging. Freie Meinungsäußerung und das ist eine absolut, ja, das ist eine dumme Aktion gewesen. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Das geht nicht. Wir haben über diese Berichterstattung von 60er.dei auch nochmal gesprochen. Da wurden juristische Schritte angedroht. Die sind wohl nicht zustande gekommen, weil da zusätzliches Budget, glaube ich, hätte nötig sein müssen und da hat ja die Freigabe, ist die Freigabe nicht erfolgt. Ja, aber ich sage mal so, wehren muss man sich dürfen, wenn man seiner Meinung nach irgendwie, wenn da was Falsches in der Welt ist. Wir können es nicht beurteilen. Fakt ist, diese Meldung, diese Recherchearbeit ist immer noch da und nochmal, es gibt keine Heiligen, jeder macht Fehler. Die Frage, mit der man sich insgesamt einfach stellen muss, reicht das alles aus, um den Geschäftsführer Sport, Geschäftsführer Finanzen quasi den Vertrag zu kündigen, wobei jetzt aufpassen muss, genau, ich muss aufpassen, was ich sage, denn Robert Reisinger meint, es handelt sich nicht um eine Kündigung des Geschäftsführers, der Verein hat sich gegen eine Vertragsverlängerung über den vereinbarten Zeitraum hinaus entschieden, das ist ein Unterschied. Wir schmeißen ihn nicht raus, wir zeigen ihm nur, wo die Tür ist und fordern ihn dann auf, selbst durchzugehen. Wir können es eh nur final diskutieren, wenn wir seinen Vertrag kennen würden. Dann würden wir sein genaues Aufgabenfeld wissen und dann würden wir wissen, ob die Aufgaben, die Robert Reisinger ihm jetzt noch zugrunde legt, die er eigentlich nicht in seinen Augen gemacht hat, ob die da wirklich drinstehen. Und davon muss man ausgehen, nachdem der EV den Vertrag ja ausgesteuert hat. Aber allein der Punkt in der Außendarstellung, der arme Mann, der arme Mann, was hat denn der für einen, also den Job möchte ich ja beileibe nicht haben. Du musst nach außen darstellen, dass du eine Einheit bist und toll bist, dass du Sponsoren kriegst. Darum war Pfeiffer ja auch gemüht, also seine öffentlichen Auftritte waren ja immer so eine Blickpunkt Sportauftritte. Ja, ja klar. Also ich kann ihm ja nicht die Aufgaben geben und egal wer, alle lehnen im Stein in den Weg. Ich meine, wir haben diese Fahrenschwenker-Thematik hatten wir auch, das ist auch nicht gut gelaufen. Es gab Verfehlungen. Da ist vieles auch schief gelaufen. Wie gesagt, der Verein hat sich entschieden zu sagen, nein, die positiven Ergebnisse reichen nicht aus, weil die Defizite zu hoch sind und deswegen beenden wir das. Jeder kann sich dazu seine Meinung bilden, auch wie das alles abgelaufen ist. Ich denke, man kann über sehr vieles diskutieren. Vielleicht können wir es so runterbrechen. vielleicht noch, könnte man, was wir nicht unter den Tisch fallen lassen wollen, ist, dass Robert Reisinger ja aus eigenen Stücken aus dem Verwaltungs, aus dem, ja aus dem Verwaltungsrat ausgetreten ist, ne aus dem Aufsichtsrat, Entschuldigung, aus dem Aufsichtsrat der KGAA und es ein Statement gab vom e.V. Verwaltungsrat steht hinter dem Präsidium, Thomas Probst wird neues Mitglied im Aufsichtsrat. Die Erklärung dazu lautete, wir erkennen den zuletzt immer maßloser gewordenen Angriffen auf Mitglieder des Präsidiums, versuche den Verein zu delegitimieren, ihn handlungsunfähig zu machen und seine Vertreter bloß zu stellen. Hintergrund verorten werden wir bevorstehen den Abschlussvertrag, den Abschluss des Verklärungsverfahrens beim Bundeskartellamt zur 50 plus 1 Regel unserer Mitgesellschaft in der TSV München von 1860 GmbH und Co. KG hat sich über einen längeren Zeitraum und mit erheblichem Aufwand vergeblich um eine Aufhebung der Regelung bemüht. Die aggressive Personalisierung des Konflikts in den Medien, losgelöst von Inhalten, wird den dahinterstehenden Sachfragen nicht gerecht. Sie schafft ein Klima, das eine vernünftige Diskussion über wichtige Zukunftsthemen in unserem Club stark erschwert. Präsident Robert Reisinger hat den Aufsichtsrat der KGAA auf eigenen Wunsch verlassen. Grund dafür ist der wiederkehrende Versuch, den Präsidenten des Vereins mundtot zu machen durch Verweis auf seine Verschwiegenheitspflicht als Aufsichtsrat. Sobald Robert Reisinger sich in der Öffentlichkeit erklärend zu einzelnen Vorgängen äußerte, wurde er mit juristischen Konsequenzen bedroht und mit internen Vorfahren überzogen, das ist nicht mehr zumutbar. Man kann natürlich jetzt auch sagen, er ist zurückgetreten aus dem Aufsichtsrat und jetzt konnte er frei mit der SZ sprechen. Könnte natürlich auch sein, ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Und ich würde das sogar in den großen Teilen unterscheiden. Ja, also das ist natürlich eine mediale Berichterstattung. Die Medien tue ich mir immer schwer damit. Es gibt nicht die Medien. Aber natürlich gewisse journalistische Produkte rund um 60 in die eine und in die andere Richtung tragen natürlich dazu bei, dass sich nicht sachlich auseinandergesetzt wird mit Themen. Gerade im Fanlager, die halt diese Portale gerne lesen. Und dann kommt eben genau dieses Schwarz-Weiß-Denken raus. Wenn du nur Medienangebote hast, die die eine oder die andere Seite gewichten oder beleuchten, dann tust du dich halt schwer. Und ja, natürlich ein Teil des Problems. Da würde ich gar nicht widersprechen. Ich habe übrigens durch das Interview von Robert Reisinger mit der SZ ein neues Wort gelernt. Also zumindest eine Sache habe ich gelernt. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist oder ihr kennt das Wort vielleicht. Aber innervieren habe ich noch nie gehört. oder noch nie gelesen zuvor. Also ich habe es gelesen, aber das glaube ich, das kann ich mal in einer Hand abzählen. Eloquent ist es. Umgangssprach, na bildungssprachlich für Entnerven. Ja. Innervierend. Danke dafür. Ich werde mal so ein bisschen auf die Zielgerade einbiegen, das Ganze. Robert Reisinger hat noch gesagt, die durchschnittliche Verweildauer im Management vom Profifußballverein liegt laut Statistik unter vier Jahren. Der TSV 68 in München ist kein Higher-and-Fire-Club mehr wie noch vor dem Neuanfang im Sommer 2017. Das hatten wir als Pläsidium versprochen und auch eingelöst. Ja, den Punkt gebe ich ihm. Aber trotzdem schön, wenn man nicht nur Durchschnitt ist. Ja. Also längere Sachen sind einfach schön. Earth, wind, high and fire. So eine lange Beziehung ist einfach schön. Und Mark, die kann schön sein, außer sie ist toxisch und 60 ist wie so eine toxische Ehe irgendwie. Ja. Man müsste sich längst, oder man hätte sich längst eingestehen müssen, dass es einfach nicht funktioniert miteinander. Stattdessen zieht man jetzt vor Gericht und streitet sich ums gemeinsame Sorgerecht oder ums geteilte Sorgerecht oder ums alleinige Sorgerecht. ist das Frühzeitige, die frühzeitige Kommunikation, um auf einen Männer zu kommen. Genau. Und nicht die Diskussion immer abzubrechen, sondern sie wirklich bis zum Ende zu führen. Man muss Dinge auch ausdiskutieren können. Ausdiskutieren, ja. So. Ich bringe nach, ich muss nachher noch was, ich habe mir schon was rausgesucht, das muss ich noch, muss ich nachher noch hier einbringen. Mark Nürger-Pfeiffer hat noch gesagt, um das Ganze abzurunden, er, sein Ziel ist das, was er in dreieinhalb Jahren investiert hat, bis zum letzten Tag weiterzuführen, wann der auch immer sein wird. Es steht dieses Lame-Duck-Ding im Raum, muss man so ehrlich sein. Das Schwierige bei 60 ist, es ist immer so, dass du an dir zugeordnet wirst. Das ist nicht mein Fall. Mein großes Ziel war immer die Arbeitsebene und diese politischen Themen, die 60 München nicht gut tun, einfach außen vor zu lassen. Das ist tatsächlich auch die Aufgabe des, des Geschäftsführers. Ist es. Und dann der Satz. Es muss in erster Linie weiter um 60 München gehen. Andersherum, also da ging es darum, weil die ja die Sponsoren quasi so, dankbar sind. Es muss in erster Linie weiter um 60 München gehen. Nur darum geht es. Und nur darum darf es gehen. Ich mag den Satz. Habe ich das nicht auch öfter gesagt mit? Die Platte hängt, habe ich das Gefühl. Es geht nur um den kleinsten gemeinsamen Männer, 1860 München. Aber es wird noch ein bisschen weitergehen, denn, wie wir mittlerweile ja auch wissen, die KGA hat Widerspruch gegen die Wir sind der Verein-Marke eingelegt. Die wurde eingetragen am 21.10.2020. Im Register eingetragen wurde sie dann endgültig am 16.03.2023. Die Marke wurde damals eingeführt oder ja, eingetragen durch den e.V. in Folge der Copy-Affäre und das weiße T-Shirt, wenn ihr euch noch erinnert, Fanshop. Und gegen diese Marke gibt es jetzt Widerspruch seitens der KGA. Das heißt, das nächste kleine Verfahren, nennen wir es mal kleines Verfahren, auf Marktrechtsebene steht uns schon wieder ins Haus. Dementsprechend, es wird da nicht weiter, es wird da uns nicht langweilig werden. Was macht eigentlich Anthony Power? Still geworden. Ja, also es waren zuletzt wenig, genau, die Katzen-Gifs sind irgendwie weniger geworden. Hat Instagram rausgelöscht. Es gibt jetzt iOS 17, vielleicht sind da ein paar Katzen-Emojis neu dabei. Du meinst, da geht was? Könnte was gehen. Na gut. Ich muss sagen, ich habe am Wochenende eine Mail bekommen in Folge des SZ-Artikels von Robert Reisinger. Also ich habe nicht eine Mail von Robert Reisinger bekommen, sondern von jemandem aus meinem Umfeld. Und den Kommentar, den möchte ich jetzt einfach mal reinschmeißen. Kann sich jeder ein Bild dazu machen, aber ich habe mich kringelig gelacht. Robert Reisinger wirkt in diesem Text wie ein hochgradig eifersüchtiger Ehemann, der seine Frau rausschmeißt und ihr eine Affäre unterstellt, nur weil sie mit dem jungen, attraktiven Kollegen in einem Büro arbeiten muss. Ja. Ich musste echt ein bisschen lachen. Gut. Kein Kommentar. Muss auch nie sein. Wir haben noch zwei Themen. Einen kleinen Shortcut-Hammer. Am Dienstag, also bei uns morgen, für euch frühestens gestern, gibt es ein größeres Interview mit der Bürgermeisterin von München, mit Verena Dietl, rund ums Stadionthema. Ein Thema, was am Montagabend schon mal veröffentlicht wurde. Also das Interview ist dann in der Abendzeitung. Es gibt einen Löwensvorschlag zur Kapazitätserhöhung um 2000 Plätze, bis zu 2000 Plätze im Grünwalder Stadion. vor den Umbaumaßnahmen. Was ist denn der Antrag von 60? Es gibt einen Löwenvorschlag, der bei der Stadt auf fruchtbaren Boden fällt, dass du schon vor möglichen Umbauarbeiten bis zu 2000 Zuschauer mehr reinlässt. Dazu ist ein Planfeststellungsverfahren notwendig und Verena Dietl will dafür sorgen, dass es möglichst schnell durchgezogen wird, damit man auch schnelle Ergebnisse hat. Das würde ja schon mal helfen, weil wir wissen alle, 15.000 Zuschauer ausverkauft heißt nicht bis auf den letzten Platz. Es ist nur das ausverkauft, was an Karten zur Verfügung steht. Schön, dann nächstes Jahr gegen Schalding Heining für 17.000 Zuschauer. Schön. Nein, aber ernsthaft, ich glaube, jeder sieht, dass 15.000 heißt immer ausverkauft, aber dass da mehr reingehen würden, dass es einfach eine Zahl ist, die festgelegt ist, die du reinlassen darfst, aber dass es grundsätzlich mehr gehen würde, das wissen wir. Also ich bin gespannt, was da weiterhin passiert. Ihr werdet dieses Interview wahrscheinlich dann schon gelesen haben, wenn wir rauskommen, aber hey, ich wollte es zumindest nochmal gesagt haben und wir müssen noch den Flo Allstar auflösen mit was Schönem wollen wir rausgehen. Deswegen habe ich den jetzt ganz ans Ende gesetzt von letzter Woche, den Flo Allstar. Bin ich draufgekommen, Flo, ich habe gerätselt, aber dieser Stadionhinweis oder die Heimspielstätte, da bin ich echt gescheitert. Ich lese den noch mal vor und ich muss zugeben, ich habe noch keinen Gewinner rausgesucht, den liefern wir noch nach. Es gibt Skadden mit richtigen Antworten. Also, mein Flo Allstar von vergangener Woche. Er bestritt in drei verschiedenen Stadien Heimspiel des TSV 68 das Grüne Walder war nicht dabei. Ich nenne die Stadien. Olympiastadion, Allianz Arena, Rosenau Stadion Augsburg. Er trug die höchste jemals beim TSV 68 vergebene Rückennummer. Das war die 44. Und nach seinem Karriereende wechselte er die Seiten und ist seinem neuen Club seit dessen Gründung treu. Ich rede von Sky Sport News. Mit der 4 und 40 hätte ich schon gewusst. Und damit sind wir bei Torben Hoffmann und Alex, weil du noch am überlegen bist, Rosenau Stadion, der 60 München, hat UI Cup-Heimspiele nach Augsburg verlegt. Krass. Krass. Das ist an mir vorbeigegangen. Das müsste 2002 gewesen sein. Unter anderem gegen den RKC Wallweig. Da saß ich auf der Tribüne tatsächlich. Ich weiß nicht, dass 60 Mal Europapokal der Landesmeister in Pocking gespielt hat gegen Apoll-Nicosia. Aufstark. 66 und so. Das ist mein Stadion-Fact zu den Löwen, den ich präsentieren kann. Aber Rosenau Stadion war mir jetzt tatsächlich neu. Den Gewinner ziehen wir noch. Ja, den Gewinner ziehen wir noch. Den werden wir einfach auf dem Kanal benachrichtigen, den über der sich gemeldet hat. Deswegen, sorry, mein Fauxpas. Dafür haben wir, glaube ich, ist es eine Premiere. Wir hatten den Alex Allstar mit dem Flo Allstar. Wir haben einen Anja Allstar heute. Feierlich zu deiner Rückkehr, liebe Anja. Zu meiner Rückkehr. Super schön. Du läufst das nicht mehr weg. Soll ich einfach anfangen? Nee. Soll ich einfach anfangen? Leg los an. Tipp 1. Tipp 1. Er war im Trikot des TSV 1860 München ähnlich gefährlich wie gegen den TSV 1860. Tipp 2. Er wurde zwar in Polen geboren, spielte aber für eine andere Nationalmannschaft. Und Nummer 3. Heute gibt er sein Stürmerwissen an den Nachwuchs des Vereins weiter, von dem er zu 60 gewechselt war. Lukas Podolski. Miroslav Klose. Gehen wir alle durch, die in Polen geboren sind. Aber dann hakt es beim Löwentrikot aus. Beim ersten Punkt denkt man wahrscheinlich da dran so, der hat nie getroffen. Weil er für 60, ja gut. Aber die, die für 60 nicht getroffen haben, haben ja dafür umso mehr gegen 60 getroffen. Meistens. Richtig. Also entweder muss er gleich unerfolgreich gewesen sein gegen 60 wie für 60 oder aber er war erfolgreich für 60 oder auch gegen 60 erfolgreich. Aber einer ist immer dabei, der nicht trifft. Ja, wenige. Wie sprichst du über, das hört man gar nicht, Walmir Soleimani. Keine Ahnung. Nein, über den habe ich nichts gesagt. Nein. Nein, also, ihr habt die drei Hinweise gehört zum Anja Allstar. Wir verlosen wie immer Bergfest-Krüge. Wenn ihr die Antwort wisst, Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky, giesinger-bergfest at gmx.de macht mit. Wir drücken euch die Daumen und Teilnahmeschluss ist, ich schaue schnell. Das ist dann der 4. Dezember 2023 um 18.60 Uhr. Mein Zettel ist leer. Meine Laune ist tatsächlich besser, nachdem ich jetzt eine Stunde mit euch geschwatzt habe. Meine auch. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Meine war zwischendurch mal richtig depressiv, als ich uns in die C-Klasse geredet habe. Stimmt, das war halt, ja. Da war ich gerade am Boden der Tatsache. Ja, das war hart. Aber ich glaube, wir haben es, vielleicht ist die Stammtisch-Communität jetzt auch ein bisschen besser gelaunt hinten raus. Schön wäre es. Schickt uns gerne eure Reaktionen. Also Tipps, Hinweise, Lobkritik. Aber bitte sage ich. Stellung, abonniert diesen Podcast. Empfehlt uns weiter. Gehört alles dazu. Oder auch nicht. Bestenfalls tut ihr es. Ja. Und ich entschuldige mich im Nachgang noch, wenn meine Stimme heute etwas anders klingt. Ich bin ein bisschen angeschlagen und wenn meine Augen rot sind, nein, das liegt nicht daran, dass ich mir so oft am Wochenende die Augen gerieben habe, weil das Spiel nicht so gut, nicht so toll war. Nee, ich bin tatsächlich einfach ein bisschen kränklich. Es sei dir verziehen. Heute hätte ich mir gedacht, unser YouTube-Channel, der kann auch manchmal schwierig sein. Nee. Haben wir sonst noch was? Anja, Alex. Und dann sind wir durch. Gute Besten an dieser Stelle. Danke. Durch. Aber sonst auch uns und auch den Löwen an sich gute Besserung, glaube ich. Ja. Ich glaube, so schnell wie beim Flo, dass er die Erkältung auskuriert in den nächsten Tagen, wird es bei den Löwen nicht gehen. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich auch, also ich sage mal so, der Patient 60 hängt an der Maschine und mal schauen, ob das System 60 nochmal zum Laufen kommt oder ob die Maschinen irgendwann abgeschaltet werden. Also ich tendiere momentan zu Letzterem. Und damit schönen Abend. Ciao. War ja wie bei Grey's Anatomy. Ja, und irgendwann kommt die Nulllinie. Nee. Ich sage danke, lieber Alex. Danke, liebe Anja, für diese endlich wieder vereinte Stammtischrunde. Das hat tatsächlich gut getan. Ich hoffe, euch da draußen, liebe Stammtisch-Community, genauso. Dann, wir haben die Hinweise gegeben. Folgt uns auf den sozialen Kanälen, empfehlt uns weiter, wenn euch gefällt, was wir hier tun. Ihr könnt, wenn es euch taugt, uns supporten unter giesinger-bergfest.de slash support. Da gibt es alle Infos. Und ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen vom weiß-blauen Löwen-Stammtisch. Bleibt es gesund, bleibt es freundlich, bleibt es auch irgendwie optimistisch und bleibt es vor allem eins, Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Sehr gut. Bis zum nächsten Mal.